Ich bin Mini-Getz. Ich spreche das hier auf Band, weil sich mein Leben in letzter Zeit ganz verrückt entwickelt hat. Ich hatte heute Sex. Ich freu mich wahnsinnig für dich. Wenn das jemand ohne meine Erlaubnis hört, soll er an dieser Stelle bitte aufhören. Er soll einfach stoppen. Ich bring dich um! Das macht mich offiziell zu einer Erwachsenen. Sehe ich vielleicht anders aus als gestern. Hey. Hey. Es ist so schön, sich vorzustellen, dass er vielleicht an mich denkt. Ich frag mich, ob mich jemand liebt, von dem ich nichts weiß. Da ist ja Mon Cherie. Ich lass mich manchmal ablenken, wenn ich überwältigt von meinen verzerrenden Gedanken an Sex bin. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Interessierst du dich nicht mehr so jung? Worauf wartest du? Du hast eine unglaubliche Ausstrahlung. Das weißt du nur noch nicht. Ich weigere mich, irgendeine Heulsauce zu werden. Das ist mein Leben. Ich will ja nicht angehen, aber ich war eine ziemliche Wucht in der Malte. Ich weiß, dass sich nichts verändert hat, aber ich sehe jetzt alles in einem anderen Licht. Das ist für alle Mädchen, die erwachsen geworden sind.